Und wenn ich mich jetzt hier auf dem Nockerberg so umschaue, da sitzt ja wieder mal die bayerische Top-Elite. Das heißt, die einen sitzen da, die anderen arbeiten. Gerecht ist das nicht, aber Gerechtigkeit ist halt leider kein Naturgesetz, sondern das Ziel der bayerischen SPD. Und die sitzt ja selber da. Aber das macht nichts. Der Martin Schulz, der macht das schon dabei. Das ist bei der SPD wie beim Straßenbau. Einer arbeitet und der Rest schaut zu. Ihr habt ja jetzt schließlich auch mit dem Martin Schulz einen neuen Messias. Da frage ich mich schon. Wo sind wir denn? Heißt gerade noch, Würselen ist das neue Bethlehem. Ich meine, die CSU hat ja schließlich auch Hoffnungsträger. Aber bitte nicht, dass jetzt die Kameras des BR Fernsehens wieder aus alter Gewohnheit beim Edmund Stoiber landen. Nein, den Guttenberg meine ich auch nicht. Das ist auch überhaupt gar nicht der Karl Theodor zu Guttenberg. Das ist bloß der Andi Scheuer. Da darf man sich von Frisur und Brille nicht täuschen lassen. Das ist wie bei einer China-Kopie. Quaßt äußerlich Ähnlichkeit mit einer Edelkarosse, aber im Innen schwere Mängel. Beim Andi Scheuer ist die Steuerung. Egal, wo es hingehen soll. Er landet immer entweder kniertief im Bads oder in der Letten. Ich bin ja bloß froh, dass er es selber nicht merkt. Er meint ja immer noch das Luftwirk schmiert. Aber es ist ja auch so, dass bei diesen Massen an Hoffnungsträgern in der CSU, der Andi Scheuer wirklich eine Ausnahme ist. Ansonsten ist die CSU weltweit die einzige Partei, die mehr Hoffnungsträger hat als Mitglieder. Es gibt ja auch kaum einen Landtagsabgeordneten der CSU, der sich nicht selber für ministertauglich halten würde. Und dann all diese klingenden Namen, Dobrindt, Hermann, Weber. Und natürlich unser One and Only. Unser Mann aus Franken. Er ist jung und dynamisch. Er ist Familienvater. Er hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er ist Jurist, Akademiker. Natürlich unangefochtener Akademiker. Ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Oder? Unser Mann aus Franken. Doktor, aber sag ich Doktor, Professor Doktor Winfried Bausback. Ja, da ist jetzt einer ein bisschen überrascht, gell? Unser Justizminister. Aber was ja die wenigsten in Bayern wissen, dem Bausback-Kind, dem Bayern mittlerweile jeder. Ja, er ist zuständig für die teuersten Toiletten im Freistaat. Der niedelnagelneu und sauteure Hochsicherheitsgerichtssaal von Stadelheim war genau einen Tag im Betrieb. Dann ist er wieder geschlossen worden, weil zu wenige Toiletten. Also, da frag ich mich schon. Sechs Toiletten für zehn Angeklagte. Also, Entschuldigung, da kann ein Angeklagter am Tag 14,5 Stunden auf dem Klo sitzen. Ich finde, das reicht. Das darf man auf euch auch nicht verwechseln, gell? 17 Millionen mit sechs Toiletten in den Sand setzen, das ist Stadelheim. 17 Millionen mit sechs Toiletten verdienen, das ist Sanifair. Es ist ja so, mit Autobahnen, Toiletten lasst sie natürlich was verdienen, mit der Maut schon weniger. Da gibt es ja jetzt Gutachten über Gutachten, sogar schon Gutachten über die Gutachten, teilweise vom selben Gutachter. Der fährt übrigens gar nicht mehr Auto, der kann sich mittlerweile einen Privatjet leisten. Aber ich sage euch eins, vergesst endlich diese Gutachter. Alexander, wirklich, ich meine, die haben alle keine Ahnung von der Maut. Das österreichische Mautsystem, das gibt es schon seit 1997, das ist uralt, das ist Vergangenheit. Aber das Mautsystem von Alexander Dobrindt, das ist die Zukunft. Und bis die Zukunft kommt, können wir Bayern noch ewig warten. Das ist nämlich auch ein bayerisches Naturgesetz. Wir machen uns nicht lächerlich, wir san ja so. Vielen Dank. Der